Prinzessin Kate hatte Anfang des Monats ihren ersten königlichen Auftritt seit Monaten bei Trooping the Color und ein Kommentator sagt, sie plane nun ihren nächsten. Nachdem Prinzessin Kate Trooping the Color besucht hatte, plant sie berichten zufolge einen weiteren königlichen Auftritt später in diesem Jahr. Kate hatte ihren ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer Krebsdiagnose, als sie sich der königlichen Familie auf dem ikonischen Balkon des Buckingham Palace anlässlich des offiziellen Geburtstags von König Charles anschloss. Die 42-Jährige soll nun ihren nächsten öffentlichen Auftritt in Erwägung ziehen, nachdem sie zugegeben hatte, dass sie gute Tage und schlechte Tage hat, während ihre Krebsbehandlung weitergeht. Die königliche Kommentatorin Emily Andrews glaubt nun, dass Kate einen Auftritt in Wimbledon nächsten Monaten Erwägung ziehen wird. In Grazia schrieb sie, ihre Behandlung läuft noch und wird die nächsten Monate andauern, aber ich habe gehört, dass sie das Wimbledon-Tennis-Turnier gerne besuchen würde, sie ist eine Schirmherrin, wenn sie sich dazu in der Lage fühlt. Es ist auch bekannt, dass Kate ihre Kinder gerne bei ihren Sportveranstaltungen, Picknicks und Ausflügen am Jahresende unterstützen würde. Eine Quelle sagte Grazia, dass die Zeit mit der Familie Kitts absolut Priorität sei, wobei die Kinder ein Hauptantrieb dafür sind, stark zu bleiben und weiterzumachen. Sie fügten hinzu, die drei Kinder und William waren ihr einziger Fokus und ihr absolutes Ein und Alles. Sobald Prinz George, 10, Charlotte, 9, und Louis, 6, in den Sommerferien sind, soll die Familie den Sommer in Emner Hall in Norfolk verbringen. Sie haben ihre Vorliebe für Norfolk bereits zuvor mit einem Vatertagsfoto geteilt, das Prinz William mit den Kindern an einem der Strände der Grafschaft zeigt. Sollte Kate sich stark genug fühlen, wird die Familie Wales vermutlich nach Belmore fahren, um den König zu besuchen, ein Ereignis, das als privat gelten würde. Obwohl Kate Fortschritte ins öffentliche Leben gemacht hat, plant ihr Teamberichten zufolge bis zum Herbst keine Veranstaltungen. Andrews sagt, dass ihre Rückkehr ins öffentliche Leben wahrscheinlich stufenweise und allmählich erfolgen wird und Kate erst im nächsten Jahr richtig zurückkehren wird. Die Teilnahme der zukünftigen Königin am Trooping de Cala und anderen Veranstaltungen im Sommer ist nicht als Rückkehr zu ihren königlichen Pflichten zu interpretieren.